Heißt es ja nach einem Hadith des Propheten, der sinngemäß gesagt habe, der beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Entsprechend habe ich natürlich auch eine bestimmte Funktion gegenüber meinen muslimischen, aber auch gegenüber meinen nicht muslimischen Schülern. Ich weiß genau, dass ich vielleicht in den drei Jahren, in denen ich sie unterrichte als Oberstufenlehrer, sie vielleicht für ihr ganzes Leben prägen werde. Und dieser Verantwortung bin ich mir bewusst und entsprechend verhalte ich mich auch. Ich mache auch jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, eine sehr, sehr intensive Doha, weil diese Verantwortung wirklich sehr, sehr groß ist. Man ist nicht nur als Eminilange dort, der Deutsch- und Spanischlehrer ist, sondern man wird im Prinzip am Aussehen, also an der Herkunft wird man gemessen, an der Religion wird man gemessen.